Hi, mein Name ist Stefan und in diesem Video über Lumina 4 möchte ich dir zeigen, wie ich ein Schwarz-Weiß-Porträt bearbeite. Dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Ich habe Lumina 4 jetzt hier offen und ich habe mir ein Porträt von mir selber rausgesucht, was ich mal im Studio fotografiert habe. Das ist schon eine Weile her, ganz so jung sehe ich dann doch nicht mehr aus. Aber ich zeige dir jetzt, wie wir daraus ein schönes Schwarz-Weiß-Porträt machen können. Das Erste, was ich machen möchte, ist hier in den Ordner Wesentliches reingehen und dann das Tool Schwarz-Weiß-Umwandlung nutzen. Und hier kann ich jetzt sagen, konvertiere in Schwarz-Weiß und schon haben wir hier ein Schwarz-Weiß-Bild. Das können wir natürlich auch, ich kann es jetzt hier nochmal rückgängig machen, über den Filter Farbe hier und dann kann ich hier auch die Sättigung rausnehmen. Allerdings habe ich dann wesentlich weniger Spielraum. Ich nehme es jetzt hier nochmal zurück, gehe nochmal in die Schwarz-Weiß-Umwandlung rein und konvertiere das Ganze nochmal in Schwarz-Weiß. Denn hier habe ich jetzt die Möglichkeit, sowohl die Luminanz, also die Helligkeit, als auch die Sättigung von den einzelnen Farbkanälen nochmal einzustellen. Bedeutet, ich könnte jetzt theoretisch hier auch einen Color Key draus machen. Ich kann jetzt also die einzelnen Farbkanäle nehmen und die von der Sättigung wieder reindrehen. Dann siehst du jetzt hier zum Beispiel die Gelbwerte oder auch die Rotwerte. Das sind hier vor allem die Farbwerte, die in der Haut vorhanden sind. Wenn ich die jetzt hier wieder sättige und das kann ich auch weiter als 100% machen, ich kann jetzt hier so bis auf 200% reingehen, dann werden nur diese Farbwerte wieder gesättigt. Das möchte ich hier an dieser Stelle nicht, denn es soll ein reines Schwarz-Weiß-Porträt werden. Aber ich kann auch sehr gut an der Luminanz hier ein bisschen rumspielen. Und jetzt könnte ich zum Beispiel hier meine Haut noch ein bisschen heller machen. Du siehst jetzt hier, wenn ich die Rotwerte in der Luminanz ein bisschen nach oben drehe und genauso die Gelbwerte dann vielleicht auch noch, dann wird meine Haut hier im Gesicht einfach noch ein Stück weit heller. Und damit kann ich so ein bisschen Kontrast aufbauen. Jetzt gehe ich mal weiter und werde als nächstes den AI Enhancer hier nutzen und hier den Accent AI Filter noch reinpacken. Nicht zu viel, weil ich möchte den Hintergrund nicht zu doll aufhellen. Deswegen gehe ich als nächstes in den Helligkeitsfilter rein und werde jetzt hier die erweiterten Einstellungen aufrufen und da die Schwarztöne wieder nach unten drehen. Und dann bekomme ich hier nämlich auch den Hintergrund schön dunkel. Machen wir das mal ungefähr so. So gefällt mir das schon ganz gut. Und wir können auf der anderen Seite die Weißtöne hier noch ein Stück weit anheben. Und auch die Schatten hier, die mache ich wieder ein bisschen heller. Ich will insgesamt den intelligenten Kontrast hier so ein bisschen reinbringen. Und die Belichtung kann ein kleines Stück weiter nach oben gezogen werden. So gefällt mir das schon ganz gut. Ich zoome jetzt hier mal ein bisschen näher an mein Gesicht heran, um das noch ein bisschen besser beurteilen zu können. Und natürlich haben wir jetzt auch noch ganz viele Möglichkeiten hier in den Portrait-Ordner, wie ich mein Gesicht einfach noch ein bisschen verfeinern kann. Denn bisher haben wir ja wirklich nur die reine Schwarz-Weiß-Umwandlung gemacht. Wenn ich jetzt in den Portrait-Enhancer hier reingehe, dann könnte ich zum Beispiel hier noch meine Augen ein bisschen optimieren. Dafür zoome ich jetzt hier noch mal ein Stück näher ran, damit du das vorher, nachher noch mal ein bisschen besser beurteilen kannst. Also Augen optimieren. Wenn wir das jetzt hier mal ein- und ausblenden, dann wirst du den Unterschied feststellen. Also so eine leichte Erhellung der Augen können wir jetzt hier schon sehen. Genauso kann ich jetzt hier das Augenweiß auch noch ein bisschen aufhellen. Da bin ich allerdings immer ein bisschen vorsichtiger. Das möchte ich nicht zu doll machen. Und vielleicht entferne ich noch so ein bisschen meine Augenringe. Das sieht für mich schon mal sehr, sehr gut aus. Dann werde ich meine Augenbrauen noch etwas verbessern. Die werden nämlich dann einfach immer ein wenig dunkler gemacht. Und dadurch betone ich das Ganze noch ein wenig mehr. Die Lippen könnte ich jetzt hier theoretisch auch noch etwas betonen. Das bedeutet hier an der Stelle werden sie etwas dunkler gemacht. Die Farbsättigung ist natürlich an der Stelle Quatsch, wenn wir in einem Schwarz-Weiß-Modus arbeiten. Zähne aufhellen brauche ich in dem Fall auch nicht, denn ich zeige keine Zähne. Aber grundsätzlich haben wir jetzt hier schon mal ein sehr schönes Porträt. Ich werde jetzt noch mal in den Ordner Wesentliches reingehen und hier unten auf Vignette klicken. Und dann das Ganze noch etwas vignettieren. Das sieht auch gut aus. Und zu guter Letzt möchte ich dann mein Bild auch noch etwas zuschneiden. Zuschneiden und dafür gehe ich hier oben auf das Crop-Werkzeug. Und dann werde ich auf jeden Fall hier unten ein bisschen was wegnehmen. Ich nehme mal hier das Schloss-Symbol raus. Dadurch bleiben die Proportionen nicht erhalten, sondern ich möchte das ganze Bild nicht ganz so hoch haben. Ich werde hier noch ein bisschen was wegnehmen. So, dass ich meine Augen ungefähr auf die 2. dritte Linie hier packe. Ein kleines bisschen kann unten noch weg. Und so finde ich den Zuschnitt deutlich besser. Jetzt gehe ich noch mal zurück hier in den Porträt-Modus. Werde jetzt hier meine Haut noch etwas verbessern, denn ich finde so ein paar kleine Hautunreinheiten habe ich dann doch. Und deswegen werde ich jetzt hier die Stärke von dem Skin Enhancer einfach mal so auf 30 bis 35 Prozent ungefähr stellen. Dadurch wird die Haut etwas weich gezeichnet, wobei die Poren dabei aber komplett erhalten bleiben. Vielleicht kann ich das sogar noch auf 40 stellen. Und Glanz entfernen packe ich auch noch ein bisschen rein. Dadurch werden bestimmte Glanzstellen automatisch erkannt und die noch ein bisschen beseitigt. Zu guter Letzt gehe ich jetzt hier noch mal in den Pro-Ordner rein. Und werde jetzt hier mit dem erweiterten Kontrast auf jeden Fall noch ein bisschen die Mitteltöne, also den Kontrast in den Mitteltönen anheben. Und jetzt kann ich hier noch die Balance einstellen. Soll das eher ein bisschen heller oder eher ein bisschen dunkler sein. Und ich finde das hier, dass die Mitteltöne eher noch ein bisschen dunkler sein müssen, damit das Ganze so ein bisschen angeglichen wird. Und genauso kann ich jetzt hier auch noch den Kontrast in den Schatten so ein bisschen einstellen. Und auch hier kann man sich jetzt überlegen, will man das noch ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler gestalten. In meinem Fall stelle ich das Ganze mal auf minus 10, mache also das Ganze ein kleines bisschen heller, damit wir hier ein gutes Setup im Licht haben. Sehr schön, so gefällt es mir gut. Und jetzt gucken wir mal auf das Vorher-Nachher. So sah es das Bild vorher aus. Und in wenigen Minuten haben wir eine schöne Schwarz-Weiß-Umwandlung daraus gemacht. Die Augen noch ein bisschen betont, aber dabei sind wir realistisch geblieben. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und denk da dran, falls du Luminar noch nicht besitzt, dann kannst du dir jetzt eine kostenlose 30-Tage-Testversion herunterladen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit der Bildbearbeitung. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.